Ich bin Kim Leo Stutz, ich bin 15 Jahre alt, ich komme von Klote und ich spiele Tennis seit ich sechs Jahre alt bin. Ich würde gerne mal den Top 20 erreichen und vor allem würde ich lieber Roland Karos gewinnen. Ich heiße Petr Kolacek, ich bin 67 Jahre alt, ich spiele fast 60 Jahre Tennis. Ich bin mehrfache Schweizer Meister, bin ich jetzt dreimal nacheinander Weltmeister. Die Leute werden Feedback geben, wie man gewinnt und wie man weniger auf dem Platz arbeitet. Ich habe mir beigebracht, dass ich mehr mit Köpfchen spielen sollte, weil andere mit den physischen Überlegenheiten mehr mit Kraft und Reichweite kompensieren. Und weil ich nicht so gross bin, sollte ich mehr mit Köpfchen spielen, mehr taktisch vorgehen. Es ist eine sehr vielreiche Effektion. Es hat mir sehr Spass gemacht. Und wenn er dabei schaut, würde ich gerne wieder mit ihm spielen.